GZSZ-Star Wolfgang Barrow fast gestorben. Das war es jetzt. Berlin, Wolfgang Barrow, 62, ist aus der Rolle des Jo Gerner bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, nicht mehr wegzudenken. In der Serie ist er mehrmals dem Tod entronnen, aber auch im wahren Leben. Im GZSZ-Podcast erzählte der Schauspieler von einer fast fatalen Urlaubserfahrung mit seiner Familie auf Teneriffa. Demnach sei er so stark ins Meer gezogen worden, dass er nicht mehr zurück an Land schwimmen konnte. Ich wurde immer weit weggezogen und immer wieder wurde ich von Wellen unter Wasser gezogen, legt das GZSZ-Urgestein mit Schaudern zurück. Immer wieder habe er vergeblich versucht, gegen die Wellen anzuschwimmen. Ich hatte aufgegeben und eigentlich gedacht. Das war es jetzt, berichtete der 62-Jährige. Doch so weit sollte es nicht kommen. Wie aus heiteren Himmel kam Hilfe. Ein Surfer zog Barrow auf sein Brett und brachte ihn zurück ans sichere Ufer. Glück gehabt! Was Jogerna aktuell bei GZSZ treibt, seht ihr immer bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Montags bis Freitags um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus. !